Ein beliebtes Naherholungsgebiet in Schwächert ist der Kellerberg, der gerade jetzt im allmählich beginnenden Vorfrühling zu einem Spaziergang einlädt, mit einem Blick über die Stadt inklusive. Ein Spaziergang am Kellerberg, auch jetzt im Winter ein lohnendes Ziel. Der Hügel verdankt seinen Namen den Kellergewölben, die sich hier befinden. Zwei Dinge fehlen allerdings, erstens der Schnee, denn hier rodeln zu gehen, wäre wohl eine feine Sache und zweitens geöffnete Lokale in der Kellerbergstraße. Aber was nicht ist, wird hoffentlich bald wieder werden, denn der nächste Sommer kommt bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.